aloha seekräuter aloha wohnzimmerkapitäne herzlich willkommen zu diesem giveaway hier auf unserem youtube kanal könnt ihr da mit dabei seid heute gibt zwar zu gewinnen nämlich drei schiffe für platz eins die messe tushitz für platz zwei die z39 und für platz drei die admiral graf sp jeder kann also nur ein einziges schiff gewinnen und gestellt wird uns das alles von world of wars persönlich die uns diese gewinne zur verfügung stellen ich sag herzlichen dank dafür ihr könnt weltweit teilnehmen also egal auf welchem spiele server euer account unterwegs ist einfach ja den server nennen in den kommentarbereich euren nickname nennen im kommentarbereich und in dem kommentar natürlich reinschreiben warum ihr gewinnen wollt oder welche geschichte um sie kreuz herum habt ihr seid auf aufmerksam geworden was findet ihr gut war natürlich auch nicht so gut also konstruktive kritik ist auch erwünscht und ist auch okay solange sie konstruktiv bleibt könnt ihr hier eben mit dem kommentar trotzdem gewinnen ihr habt zeit bis zum 26.01.2020 um 15 uhr bis dahin muss euer kommentar unter diesem video sein dann werde ich nämlich anfangen die gewinner zu ziehen ich mache ein separates video davon und werde dann mit dem comment picker quasi euch ziehen oder jemanden von euch bis zu drei alt und dann diese liste die namen die dann da stehen wenn alles korrekt gelaufen ist an world of warships weitergeben und die haben dann 14 tage lang zeit euch eure gewinne zuzuschicken das heißt also bis einschließlich 10.02 ja ist müsst ihr warten ja oder könntet ihr könnte passieren dass ihr so lange warten müsst in der regel dauert es nicht so lange aber bis dahin hat world of warships zeit euch die gewinne zu schicken am 11.02 könnt ihr mich anschreiben wenn ihr gewonnen haben solltet und euer gewinn noch nicht da ist dann werde ich halt kontakt zu world of warships aufnehmen ja und das ist eigentlich schon alles ihr könnt abonnieren ihr könnt liken ihr müsst aber kommentieren mit den bestandteilen die vorhin genannt habe rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und ja jetzt wünsche euch einfach nur noch viel glück viel spaß erzählt auch gerne euren freunden von dem giveaway und ja dann sehen wir uns im nächsten video im nächsten livestream hier auf dem kanal haut rein euer ccross team euer andy ciao ciao ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020